Die Frau blickt aufs Meer hinaus, unverändert ruht ihr Blick auf den Wellen. Unvermittelt greift ein Windstoß nach ihrem dunklen Haar und lässt es Wilsterts Haus wieder hinab sinken. Sie streicht sich ein paar verirrte Locken aus dem Gesicht und bemerkt erst dann, dass du dich ihr näherst. Ach, da sind sie ja. Es ist spät und es schneit. Der Schnee, sie streckt ihre Hand aus und fängt eine Schneeflocke. Naja, eigentlich ist es kein Schnee, sondern Schnee, Regen. Ihnen sollte klar sein, dass sie nicht der erste Typ sind, der mit einem Mädel nach Lens End kommt. Die Einheimischen bezeichnen diesen Landvorsprung als Knutschecke. So etwas wird hier heute nicht passieren. Ich will das bloß klarstellen, Grübchen. Sie wendet sich erneut dem Meer zu. Jenseits des frostroten Wassers liegt La Delta, das Finanzviertel. In der nebelverhangenen Ferne erheben sich Türme wie ein stummer Vorwurf gegenüber der Armut an dieser Küste. Es scheint sie zu überraschen, dass ich es geschafft habe. Vielleicht war das hier ein Fehler. Irgendwie fühlt sich das alles unangenehm an. Ich sollte gehen. Nee, nee, nee. Es scheint sie zu überraschen, dass ich es geschafft habe. Sie schmunzelt. Männer, die gerne trinken, sind nicht unbedingt dafür bekannt, ihre Verabredungen einzuhalten. Eigentlich bin ich in Sachen Terminplanung ziemlich gut. Das gehört einfach zu einem Rockstar und Pünktlichkeit. Es tut mir leid, dass sie warten mussten. Diese hier würde ich mir um nichts in der Welt entgehen lassen. Ich versuche bloß, mich wie ein verantwortungsbewusster Erwachsener zu verhalten. Ja, das also ist für sie verantwortungsbewusst? Sie zuckt mit den Schultern. Naja, vielleicht ist es das. Vielleicht haben sie ja eine Offenbarung und lösen den Fall, an dem sie arbeiten. Ja, das hier hat einen positiven Einfluss auf mich. Vermutlich nicht, aber wen interessiert es? Was ist der nächste Schritt? Für den Fall muss ich mit der Küste in Einklang kommen. Oh nein, ich bin in eine falsche Richtung gegangen. Ich wollte einfach nur zeigen, dass ich verantwortungsbewusst bin. Sie bricht in Gelächter aus. Wollen wir mal lieber nichts überstürzen, ja? Ihr Lachen klingt rau und warm. Es passt zu den im Sonnenlicht glitzernden Wellen und den Schreien der Mühe. Im Sonnenlicht glitzernden Wellen? Wo? Wo siehst du das Sonnenlicht? Sie nickt ihr zu, ein neckisches Funkeln in den Augen. Na bitte, sagt sie, als sie sich wieder dem Meer zuwendet, beginnt das Wetter unter ihrem festen Blick aufzuklaren. Der Wechsel vollzieht sich so schnell, dass es den Eindruck macht, als würde ihr das Wetter gehorchen. Machen Sie das? Ich? Nein, 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 sie lacht. Ich bin bloß am Meer groß geworden. Ich weiß, aus welcher Richtung der Wind kommt und so. Ich wusste, dass das Wetter um diese Zeit aufklaren würde, sonst würde es auch ein weniger angenehmer Spaziergang geworden, meinen Sie nicht? Du solltest etwas sagen. Irgendwas ist vielleicht ein Tequila Sunset-Spuch. Nein. Übrigens hat eine frühere Inkarnation meiner selbst sich Tequila Sunset genannt. Ich frage mich, warum? Nein, du erzählst nichts von deiner schmutzigen Vergangenheit. Ich erzähle das nicht. Die letzten strahlende sinkenden Sonne spiegeln sich auf den Wellen und in den Fassaden der Wolkenkratzer, die auf der anderen Seite der Bucht in den Himmel ragen. Einen Augenblick lang wird dein Geist klar, als du den Anblick mit all deinen Sinnen auf dich wirken lässt. Nicht nur die glasverkleideten Wolkenkratzer, die in der schimmernden Luft geradezu zerbrechlich wirken, sondern auch die Esperance, die in die Bucht mündet. Ist es nicht seltsam, sagt sie und durchbricht damit abrupt die Stille, dass etwas so Allmächtiges wie die Sonne so gut zu uns ist. Die beste Zeit, um zu fischen, rauszufahren, ist übrigens gegen Sonnenuntergang, wenn das Wasser wärmer ist. Die Sonne fällt auch auf die Wohngebäude am Kap und die vom Krieg gezeichneten Ruinen. Eine alte Seefestung sticht hervor. Vom Glanz, der auf alles andere fällt, scheint sie als einzige ausgenommen zu sein. Der Kentis reißt sich aus deinem Tagtraum. Die Sonne tut wenig für die Toten und jene, die sich hoffnungslos in den Tiefen ihres eigenen Geistes verirrt haben. Oder für Leute, die in Wüstenregionen leben, in denen es kaum Vegetation und wenig Trinkwasser gibt. Haben sie ihr Boot deswegen Sonne getauft? Ich wage es zu bezweifeln, dass Wüstenbewohner über zu viel Sonnenlicht glücklich sind. Du genießt einfach nur den Augenblick. Du fährst fort. Ach, den Namen habe ich zum Teil aus Stolz, zum Teil aus Aberglauben gewählt. Und vermutlich ging es auch ein bisschen um konzeptuelle Einheitlichkeit. Schließlich ist es gelb und so. Okay, das mit den Wüstenbewohnern sage ich nicht. Salz liegt in der Luft und die Schreie der Möwen und Skurs. Du siehst körnigen Sand und den grünen Schimmer zerbrochener Flaschen. Trotzdem zieht es seinen Blick immer wieder zu den mannigfaltigen Spiegelungen der Lichtstrahlen. Zu ihrem langsam schwindenden herrlichen Überfluss. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich hier nachts stehe, während die hier die ganze Zeit über die Sonne sprechen. Ich meine, ich finde diesen Leuchtturm ja auch ganz schick. Sie bringt uns den Frühling, den Sommer. Sie ist voll und ganz auf unserer Seite, egal wer wir sind oder was wir tun mögen. Und das einfach so. Sie unterscheidet sich von jedem anderen mächtigen Geschöpf und ganz gewiss von jeder mächtigen Organisation oder Regierung. Wie kann das sein? Die Sonne geht nicht unbedingt als Organisation durch. Dafür gibt es eine Erklärung und zwar eine politische. Es ist nämlich so, du hebst zu einer langen und leidenschaftlichen politischen Tirada. Nein, naja, irgendwas muss ja auf unserer Seite sein. Das liegt daran, dass sie kein Mensch ist. Menschen lassen einen im Stich. Oh, das ist zu traurig. Irgendwas muss ja auf unserer Seite sein. Sie nickt. Wenn sie nicht in unserem Team spielen würde, gäbe es uns wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht solltest du über irgendwas Allgemeines reden, bevor du etwas Tiefgründiges anschneidest. Arbeite dich zu den coolen Themen vor. Deine verlorene Liebe, künstlerischer Hintergrund, plus 42 haben wir. Du sagst etwas über die Sonne. Sie haben Angelhaken an den Ohren hängen. Ihr Akzent klingt interessant. Würden sie jetzt gerne da draußen sein und fischen? Und wer hat ihrer Meinung nach den Gehengten auf dem Gewissen? Das ist kein Smalltalk. Das war ein schönes Gespräch, danke. Sie haben Angelhaken an den Ohren hängen. Die hier? Sie dreht ihren Kopf so, dass sie hin und her baumeln. Das sind keine echten Angelhaken, sie dummärchen. Das sind Ohrringe, die Angelhaken nachempfunden sind. Ein Säufer namens Rosemary hat sie mir gemacht. Ich habe sie behalten. Sie hat recht, sie bestehen zum größten Teil aus Plastik. Das sind billige Mitbringseln, wie man sie in einem Blumenladen oder Kiosk findet. Der Winzer zaust ihr Haar, das während sie den Sonnenuntergang betrachtet. Hm, ihr Zent klingt interessant. Danke, ich bin zur Hälfte Ubierin. Meine Mutter stammte aus Ubisund. Da scheint die Sonne nicht sonderlich viel, wie man hört. Aber ich war selbst nie dort. Hm, würden sie gerne da draußen jetzt fischen? Ja, eigentlich immer. Mir gefällt es. Es ist, als wäre man auf einem anderen Planeten. Auf einem Wasserplaneten mit Wassersorgen und Wasserfreuden. Hm. Ich frage das nicht nach dem Gehengten. Ich sage was über die Sonne. Ja, geschafft. Alles klar, es gibt zwei unterschiedliche Ansätze, diese Sache stilvoll zu Ende zu bringen. Du starrst die Sonne an. Ja, die Sonne ist eine gewaltige 5 Milliarden Jahre alte thermonukleare Reaktion. Sie ist eine Göttin. Die Sonne hat nur einen einzigen Fehler. Sie scheint auch für unsere Feinde. Äh, nichts von beides klingt toll. Nimm das erste. Ja, sagt sie und nickt. Und zwar eine gütige Göttin. Wann hatten sie zuletzt so jemanden auf ihrer Seite? In meinen frühen 20ern vielleicht? Als meine Liebste an meiner Seite war? Noch nie? Das habe ich immer noch. Ich bin rechtschaffen. Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne Harry noch nicht so gut. Ich will nicht über die Ex sprechen. Sagen wir noch nie? In meinen frühen 20ern vielleicht? Naja, ab sofort passt so etwas Gewaltiges auf sie auf. Also zum Teufel mit der Jugend. Sie lächelt. Es ist so, der Wind wird bald zunehmen und ich muss gehen. Aber sie nimmt ihr Schwert aus der Scheide. Die Klinge blitzt in der heraufziehenden Dunkelheit. Hier bitte. Die Sonne ist gut, aber sie kann nichts aufspießen. Ich brauche es nicht mehr. Sind Sie sicher, dass Sie das Schwert nicht brauchen? Meinen Sie, wir können das irgendwann wiederholen? Danke, dass Sie mit mir diesen Spaziergang gemacht haben. Ich frage das erste. Nein, die Männer hier in der Gegend sind so betrunken, um eine Gefahr für mich darzustellen. Meinen Sie, wir können das wiederholen? Das bezweifle ich, lächelt sie traurig. Nein, aber danke für Ihre Gesellschaft. Hier ist für sie Schluss. Damit mehr passiert, musst du ein Jahr zwischen dich und deinem letzten Drink bringen. Ja, aber das ist ja wenigstens möglich. Danke, dass du den Spaziergang gemacht hast. Leben Sie wohl. Sie nickt dir zu und dreht sich zum Gehen um. Das war ein schöner Spaziergang. Und wir haben einen kleinen Hoffnungsschimmer. Das finde ich immer ganz wichtig. Er hat jetzt auch eine Motivation für die Zukunft. Das war richtig schön. Und wir haben einen Gegenstand bekommen, ne? 115 mm Standard-Säbel. Die Klinge dieses serienmäßig hergestellten Säbels ist über die Jahre abgestumpft. So wird er niemanden mehr schneiden oder stechen. In deiner Hand gebietet er jedoch immer noch Respekt. Das Heft aus Backelit erfüllt dich mit Zielstrebigkeit und einer Erinnerung an vergangene Zeiten. Wow. Lege die an, um dich selbst zu beeindrucken. Wow. Cool. Wir beeindrucken uns selbst. Cool, cool. Okay. Dann hätten wir das mit Lilian auch erledigt. Ein bisschen traurig bin ich schon. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr Zeit mit dir verbracht. Lilian. Aber was soll man machen, ne? Man kann nicht alles haben im Leben. Gehen wir jetzt zu Arcel. Ich bin gerade so im Flow. Ich müsste eigentlich schon seit einer halben Stunde aufgehört haben, aufzunehmen. Aber ich nehme mir jetzt nochmal eine halbe Stunde. Ich wollte zu Arcel, genau. Es ist nur so dunkel hier. Ich finde es so schon schwierig mit der Navigation hier. Kann ich eigentlich von hier aus direkt irgendwo teleportieren? Oder ging das nur... Ne, das ging leider nur vor der Kirchefischerhütte oder im Hafenviertel. Aber gut, so weit weg sollte es ja hier nicht sein, ne? Das ist eigentlich die eine Tür. Die war hier. Daran muss ich vorbei. So. Ich hoffe, die Kinder schlafen noch nicht. Obwohl, ne, sollten die eigentlich nicht. Äh, so. Oh, das war ein echt schöner Spaziergang. Ich freue mich so, dass ich das doch gemacht habe. So, speichern. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann gehen wir jetzt rüber zur Arcel und machen das mit ihr nochmal. Erledigen wir noch. Ist ja schon cool. Bam, 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 bam. Das ist ja noch ein bisschen dahin. So, nochmal speichern. Warte, ich brauchte Empathie, ne? Ich gucke mal kurz, ob ich da ein bisschen für sorgen kann. Das macht Minusempathie. Empathie, Empathie, Empathie. Davon hatte ich, glaube ich, auch nicht viel. Ich habe so viel Kleidung, aber irgendwie gefühlt auch gar keine. Weil ich nie weiß, dass ich anziehen soll. Der Struggle hier ist real. Hier, Empathie. Dieser Brille. Zack. Weil hat die auch Empathie? Ne, die hat Gewandheit. Gut, dann haben wir da schon mal ein bisschen was dazu bekommen. Hier ist nochmal Empathie mit dem Mantel. Äh, das ist mal Riener-Ding. Nochmal Empathie, Schuhe. Ach, wir haben doch so viel. Äh, da, 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 da. Okay, und haben wir irgendwas Empathie Minus? Hier ist Minusempathie, das muss ich austauschen. Gegen irgendwas. Hm. So. Noch irgendwas Minusempathie? Ne, okay, wir haben soweit alles. Das Ding kann ich jetzt auch wieder rausnehmen. Das brauche ich nicht. Können den Sack wieder nehmen. Wer weiß, vielleicht finden wir doch noch irgendwo Geld. Was ich sehr stark bezweige. Wir brauchen es eigentlich nicht mehr. Warum laufe ich mit so einer hässlichen Tüte rum? So. Empathie haben wir jetzt noch plus drei noch dazu bekommen. Dann speichere ich jetzt nochmal kurz. So, wo ist sie? Erzähl. Ich habe mich in Empathie geübt. Boah. Wir haben neun bei Empathie. 72 Prozent. Sehr schön. Das Gerät ist von ihren Berührungen immer noch warm und wegen der Batterien darin schwer wie ein Ziegel. Das Firmenlogo Omikron schmückt seine gelbe Plastikabdeckung und im Inneren dreht sich das Tonband. Die junge Frau sieht das Gerät in deinen Händen an. Es tut mir leid, dass du hier an der Küste sitzen musst und unglücklich bist. In deinem Alter oder in jedem anderen Alter an so einem Ort darauf zu warten, dass es dunkel wird. Du legst das Tonbandgerät auf den Boden. Eigentlich ist es ziemlich... Sie sieht dich direkt an, ihre Pupillen geweitet, die Augen von einer absurden Menge Make-up umgeben. Die Leute, die diese Welt erbaut haben, hatten etwas Besseres für dich im Sinn, aber sie sind gescheitert. Mit diesem Gerät an deiner Seite ist es einfacher, mit ihrem Versagen zu leben. Du tippst gegen das Tonbandgerät. Deine Worte heilen durch den Saal. Die Holzlacken knarren und ächzen. Sie bleibt stumm. Es ist wahr, sag es ihr. Es ist keine kindische Fantasie. Gegen das, was dich ereilen wird, kann es eine wahre Waffe sein. Wovon rede ich gerade? Was fühlt mich? Ihre Schultern zittern ein wenig. Die Dunkelheit. Nichts, wenn du das hier hast. Hab keine Angst. Ach, du Kacke. Okay, ihr klappern die Zähne. Sie nimmt dir das Gerät ab und legt es dich auf den Schoß. Ich werde dabei bleiben. Etwas hat eure Beziehung verändert. Sie sieht dich jetzt mit anderen Augen, als seist du ihr ebenbürtig. Ein menschliches Wesen, so wie sie. Nach einem Augenblick der Stille redet sie wieder. Also ich schätze, ich muss mich bedanken für die psychologische Sitzung. Vielleicht kann ich den Gefallen erwidern. Was nagt an deiner Seele, Officer? Oh, süß. Du hast gesagt, etwas würde an mir nagen. Nichts nagt an mir. Könntest du mir jetzt was über deine Bekannten erzählen? Da haben wir schon alles. Komm schon, es ist doch offensichtlich. Sie schütteln langsam den Kopf. Aber okay, ich ziehe die Boyadero-Masche durch. Wenn du willst. Ich schätze, es gibt schon etwas, das mir mein Leben zur Hölle macht. Was denn? Sie hört aufmissamt zu. Ich glaube, es ist die Not der Arbeiterklasse. Alle Welt schnort bei der Unternehmerklasse und legt die Macher in Fesseln. Ich glaube, es sind diese ganzen Ausländer, die unsere Arbeitsplätze wegnehmen. Die Leute stellen ihre eigenen Interessen einfach ständig über das Allgemeinwohl. Oh, schon wieder so eine politische Frage. Ich dachte, wir reden jetzt über unsere Gefühle. Keine Ahnung. Ach ja? Ja, niemand versteht, dass man auch mal Opfer bringen muss, wenn man vorankommen will. Es ist alles sehr besorgniserringend. Nein, das ist nicht wahr. Ich will auch den Einzelnen sehen, Mann. Was also an dir nagt, ist, wie langsam der soziale Fortschritt vorstatten geht. Verstehe mich nicht falsch, mir gefällt ein langsamer, mählicher Fortschritt. Ich würde mir nur wünschen, dass die Leute ein klein bisschen vernünftiger wären. Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Ja, ganz bestimmt. Also, ich wollte dich noch etwas ganz anderes fragen. Okay, du hast... Du... Das hört sich an, als wärst du gar nicht so aufgewühlt. Wie schon gesagt, halte ich die Situation für äußerst besorgniserringend. Aha, und du bist dir sicher, dass der soziale Fortschritt deine Besorgnis erregt und nicht... Keine Ahnung, irgendein Mädel? Arcel, du hast recht, es ist irgendein Mädel, aber er will es sich nicht eingestehen. Hm, vielleicht? Jetzt gut es erwähnt. Ich habe diese Briefe wiedergefunden, die ich in den Müll geworfen hatte. Sie könnten etwas damit zu tun haben. Ja. Okay, wie kommst du darauf? Ja, zu einem haben sie ganz schwach nach Kaugummi gerochen. Ich konnte den Duft unter dem stinkenden Dreck immer noch wahrnehmen. Sie waren in einer weiblichen Handschrift verfasst und... Junge, Junge, es hat sich gar nicht gut angefühlt, sie zu lesen. Naja, also... Du hast es... Naja, na also, da hast du es. Ärger mit einem Mädel. Hat nichts mit Politik zu tun. Wer war sie? Ich kann mich nicht erinnern. Keine Ahnung, ich habe sie nicht gesehen und ganz sicher nicht angerufen. Ich erinnere mich überhaupt nicht an sie. Ich kann mich nicht erinnern. Echt? Offenbar glaubt sie dir. Diese Chica scheint dich ziemlich aufzuhöhlen und du weißt wirklich gar nichts über sie? Ich erinnere mich an ihren Duft. Wow, Mann. Ziemlich seltsamer Piep. Sie reibt sich Gedanken verloren, die ihre Schläfer. Bist du sicher, dass die Briefe für dich bestimmt waren? Ja, ganz sicher. Warum hätte ich sonst so stark reagieren sollen? Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber wie kann es sein, dass du gar nichts mehr von ihr weißt? Hat das irgendwie was mit selektiver Erinnerung zu tun? Was meinst du damit? Ich glaube, in diesem Fall war ich einfach so und fast betrunken, dass ich jegliche Erinnerung an diese Welt ausgelöscht habe. Da könnte das dran sein. Es könnte aber auch einfach nur Psychogelaber sein, weißt du? So ein Königsteiner Geschwurbel. Was ist das? Du weißt schon, dieses Psycho-Ding, das die da abziehen. Die Reichen machen das gerne. Die meisten Leute in Königsteinen sind reich. Na dann, vielen Dank für das Psychogelaber. Weißt du, ich glaube nicht, dass mir das weitergeholfen hat. In Ordnung, ich hatte ein paar Fragen an dich. Ey, das ist ja voll die... Ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwas ist passiert. Sodass die zwei einfach auseinandergegangen sind. Irgendwas Dramatisches. Aber vielleicht ist es tatsächlich einfach so, dass er sie beim Betrügen erwischt hat. Und dass sie ihn deshalb so sehr schmerzt, dass er so darauf reagiert, auf alles, was er von ihr findet. Dass diese Briefe gar nicht an ihn adressiert waren, sondern an den Liebhaber. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Mir ist diese Idee nie gekommen. Gern geschehen. Sie denken kurz nach und lockert ihren Kiefer. Aber vielleicht ist es am besten, wenn du deine miesen Erinnerung ruhen lässt. Nur meiner Meinung. Wenn es juckt, nicht kratzen. Ja, aber es juckt so, so fürchterlich. Warte mal, können wir was anderes probieren? Doch, ich will darüber reden. Hm. Okay. So. Na ja, denk einfach mal darüber nach. Wolltest du noch etwas von mir? Nee. Okay. Also es gibt keine andere Möglichkeit. Also man hätte jetzt wirklich das erfahren. Okay. Na gut, aber das war schon eine sehr wichtige Information, finde ich. Eine sehr passende Information, die wir gebraucht haben. So, jetzt ist noch die Frage, was ich sonst noch machen kann. Doggarner Megamix. Wir könnten nochmal mit Titus sprechen, aber da würde ich gerne Kim dabei haben. Hier haben wir alles soweit. Ich will auf jeden Fall das mit Gaston noch hinkriegen. Und die anderen Sachen sind schon nicht mehr so wichtig. Da würde ich tatsächlich dann eher dazu neigen, wenn wir dann später noch Punkte übrig haben, dass ich nochmal einen Gedanken mache. Wir haben hier so einiges angehäuft. Da würde ich gerne auch noch ein bisschen was ausprobieren. Wow. Okay. Jetzt ist meine Frage, soll ich jetzt schlafen gehen? Eigentlich, eigentlich bin ich gerade. Habe ich irgendwas ausgelassen, was ich alleine machen müsste? Das ist die Frage aller Fragen. Taschenlampe. Können wir eigentlich mit Lilian nochmal sprechen? Das wäre auch noch so eine Idee. Lilian, Schätzchen. Ah ne. Ich glaube, das ist falsch. Wir gehen gerade falsch. So. Hier ging es irgendwo runter, oder? Und das nicht hier. Nicht wieder irgendwo falsch. Ah ne, hier doch. Ah, ich hätte mich auch einfach teleportieren lassen können, ne? Manchmal aber auch manchmal. Warte mal, kann ich da rein? Ist abgeschlossen, ne? Ist auch gut so, dass die abschließen. Damit keine so komischen Typen wie ich da entlang laufen. Mitten in der Nacht. Hallo Lilian, wie geht's dir? Oh, wie ich sehe, sind sie immer noch hier in unserem kleinen Martinez. Sie rennen immer noch herum, stellt sie fest. Wie beim Geländelauf für Gesetzesvertreter. Ich muss immer noch meinen Fall lösen. Ich habe da noch ein paar ungeklärte Fragen, um die ich mich kümmern muss. Langsam fühle ich mich hier etwas wohler. Ja, das stimmt wohl. Worüber wollen Sie reden, Officer? Was ist auf Ihrer Geist, Officer? Ich suche doch noch jemand anderes. Nee. Dann versuchen wir kurz was anderes. Kann ich nicht mehr? Was? Ich wollte die anderen Optionen ausprobieren. Arrg. Arrg. Wieder schief gelaufen, das Ganze. Gut. Hm. Was machen wir dann? So, Taitis können wir nicht. Die Figuren. Habe ich dir eigentlich jemals angeboten? Ich glaube, das ging gar nicht, ne? Wisst ihr, was mir hier auch aufgefallen ist? Ich habe bei Superstar-Bulle und Bedauernder-Bulle, ich will Bedauernder-Bulle endlich loswerden. Also, ich wäre lieber der Superstar-Bulle. Aber okay. Und hier habe ich bei Moralist 20. Why? Das ist so krass. Guter, böse Bulle, äh, guter Bulle, böser Bulle, 28, Ehre, 3, gelöste Fälle, 216, 18 Jahre im Dienst. Das ist auch interessant, ne? Okay. Ich bin immer la responsabilitä. Frage Klaas hier nach Sonntagnacht. Wenn Kim nicht da ist. Okay, okay. Da habe ich es schon, ich habe es gefunden. Gut, dass ich nochmal geguckt habe, ne? Dann beamen wir uns mal eben kurz rüber und fragen Klaas hier ohne Kim, was in der Nacht passiert ist. Weil, ähm... Einfach nur, weil es mich interessiert. Was eigentlich mit mir los ist. Weil wir haben noch nicht herausgefunden, was wirklich in meiner Vergangenheit passiert ist, ne? So ein paar Hinweise, aber noch keine klaren Antworten. Deswegen, auf geht's. Bam, bam, bam. Mal hier hoch. Achso, der muss ja erstmal da rein. Und jetzt hier hoch. Aber die Frau schließt ihr Zimmer jetzt nicht ab, ne? Ist auch nicht besonders schlau. Aber gut. Äh... Hier rein. Bam, bam, bam. So, und einmal kurz wieder speichern. Jetzt, wo Kim nicht hier ist, reden wir über Sonntagnacht. Ach ja, sie schenkt sich mehr Kaffee ein. Die Nacht, bevor ich sie im Flur gesehen und sie daran erinnert habe, dass sie ein Polizist sind. Äh, das ist eine der ersten Erinnerungen, die ich an Elysium habe. Vor ihnen erinnere ich mich nur an das Zimmer, die Geräusche eines Motorfahrzeugs, Dampf im Badezimmer und an Dunkelheit. Haben sie etwas gehört? So, Tag Nacht aus meinem Zimmer. Wow, sie nickt Elysium. Den Begriff hört man nicht oft. Sie sagt oft etwas leichter hin, aber deine Formulierung hat dir wirklich gefallen. Haben sie etwas gehört, Sonntagnacht? Aus meinem Zimmer? Nur den üblichen Krach. Sie nickt laute Diskomusik. War ich allein? Schwer zu sagen, wahrscheinlich schon. Es hörte sich an, als ob sie Solo wären. Waren. Äh, sie haben laute Diskomusik erwähnt? Oh ja, verschiedene Bands, hauptsächlich Ostentatious Orchestrations. Sie hebt deine Augenbraue und wartet darauf, dass du damit etwas verbindest. Ach das, toll, yippie. Je weniger Worte man über 00 verliert, desto, oder OO verliert, desto besser. Wo ich herkomme, war OO eine große Nummer. Damals war ich natürlich noch jung. Ungefähr sieben. Das Leben wird schwer, sagt sie im Sing-Sang. Aber wir machen weiter. Eigentlich wird es nur schwerer, nicht wahr? Stimmt, wir machen immer weiter. Ey, wir machen immer weiter. Ich weiß nicht. Gegen zwei Uhr war Schluss mit Disko und es gab einen Tempowechsel. Was ist passiert? Ein langsames, trauriges Liederklang. Die Orgelmusik immer wieder und wieder. Das ging eine Weile, eine ganze Weile lang so. Ab und zu haben sie mitgesungen, oder besser gesagt mitgegrölt. Was habe ich gesungen? Habe ich das hier gesungen? Du zeigst dir die leere Hülle von die kleinste Kirche in Saint-Saëns. Ich habe genug gehört. Habe ich das hier gesungen? Ja, daran kam eine Kirche vor. Eine sehr kleine Kirche. Sowas wie die winzigste, traurigste Kirche auf der ganzen Welt. Davon handelt es. Und auch davon das. Wovon noch? Dass jetzt alles egal sei und wir jetzt allein sein. Es war schwer zu verstehen. Das Lied selbst war ruhig und sanft. Aber sie haben sich angehört wie ein verwundetes Wildschweinofficer. Es war kaum auszumachen, was sie da gesungen haben. Tut mir leid. Wenn sie verwundet sagen, meinen sie das auf eine coole Art, wie eine wilde Bestie? Und was ist dann passiert? Ich habe genug gehört. Was ist dann passiert? Dann haben sie angefangen zu schreien und das Zimmer zu demolieren. Sind sie sicher, dass ich nicht überfallen wurde? Das hört sich ganz nach mir an. Was habe ich getan? Das denken sie sich doch nur aus. So würde ich mich nie verhalten. Sicher, dass ich nicht überfallen wurde? Nein, nichts hat auf einen Kampf hingedeutet. Es hat sich so angehört, als ob da jemand sein Zimmer verwüstet. Sie trinkt einen Schluck von ihrem Kaffee und lächelt. Ein Fenster wurde zertrümmert. Das Tonbandgerät wahrscheinlich auch. Die Musik hat aufgehört zu spielen. Und Möbel. Eine waschechte Orgie der Verwüstung. Dann haben sie, glaube ich, das Bewusstsein verloren. Weiter nichts mehr? Ich hoffe doch sehr, dass nicht noch etwas war. Das zu hören macht mich stolz. War denn weiter gar nichts mehr? Ich habe genug gehört. Weiter nichts mehr? Doch, ich glaube, sie haben geschrien, dass sie nicht mehr so ein Tier sein wollten. Ich kann es auch missverstanden haben, aber es war, naja, einprägsam. Später bin ich ausgegangen. Da ist schon alles wieder ruhig gewesen. So gegen vier oder fünf. Sie nickt. Das war alles. Danke. Kein Problem, sie gönnt sich eine weitere Zigarette. Okay. Aber das heißt, es ist nicht so, also wir haben sonst nichts angestellt, ne? Wir haben ihr auch jetzt nicht irgendwas angetan oder sonst irgendetwas. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Da bin ich sehr beruhigt mit. Sehr sogar. Sehr, sehr beruhigt mit. Gut. Jetzt überlege ich. Ich glaube, wir können eigentlich dann schlafen gehen. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas Großes machen können. Das war noch ein Punkt, den ich erledigen wollte, dass wir alleine mit... Ah nein, nicht schon wieder das Fenster. Ich wollte hier hin. Ich wollte mit ihr noch sprechen. Ich bin noch mal überlegen, ob man nicht eigentlich noch sogar mit Joyce sprechen könnte alleine. Aber wir haben eigentlich auch schon mal mit ihr alleine geredet, ob es Sinn macht. Bin mir nicht sicher. Das wäre sonst auch noch ein Gedanke, den man austesten könnte. Auch einmal hier mit den Leuten. Hey. Was ist da was, was du gemacht hast? Da spricht er nur über die Rechnung. Hier ist auch nichts derweil. Gibt es was Neues bei ihr? Ne, auch nicht bei Elisabeth. Elisabeth. Gut. Dann rennen wir noch mal kurz zu Joyce. Sicher ist sicher. Würde ich mal jetzt behaupten. Nebenbei kurz ausschauen, ob hier irgendwas noch ist, was wir aufsammeln könnten. Da habe ich sehr stark bezweifle. Ich habe schon alles mitgeschleppt, was ging. So hat auch alles erledigt, was ging. Eee. So, da ist sie. Nee, ist nix. Okay, Leute. Ich werde dann an dieser Stelle einen Cut machen. Ihr könnt, falls ihr noch eine Idee habt, wo ich alleine hin müsste, mir das noch in die Kommentare schreiben. Da warte ich dann nochmal ab, bevor ich weitermache und schlafen gehe. Genau. Und ansonsten würde ich dann in der nächsten Episode tatsächlich die Hauptquest auch wirklich einfach weitermachen. Weil wir sind noch nicht so viel schlauer geworden. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was uns noch alles hier erwartet. Ja, und dann würde ich dann wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020